Heute möchte ich euch den Stein vorstellen, der in dieser Zeit der Top-Stein ist, zumindest für mich. Das ist der hier. Ich gehe mal vor mit der Kamera und zeige euch mal. Und das hier. Das ist der allercoolste Edelstein, den es nach meiner Wahrnehmung in dieser Zeit gibt. Das sind Amethyst-Spitzen. Moment, ich gehe mal ganz vor. So sieht es aus. Einfach mega, oder? Das ist einfach mega krass. Also mega schön. Und so eine habe ich auch immer Einstecker. Weil das einfach auch eine gute Energie ist. Und das ist sehr hoch schwingend. Und was ist die Edelsteinbotschaft? Das ist eigentlich offensichtlich. Ich halte nochmal den Stein vor hin, weil der ist so genial. Der strahlt schon. So sehr. Genial, oder? Das ist doch genial, oder? Was die Schöpfung alles erschafft. Seien wir mal vom Opa. Und so ist jede Amethyst-Spitze, die ich habe, ein Unikat. Ich habe sehr viele Edelsteine, weil ich schon als Kind angefangen habe, immer Edelsteine zu suchen. Damals am Donnersberg. Und auch Edelsteine gesammelt habe. Auch schon viele Edelsteine verschenkt habe und wieder verkauft habe und so weiter und so fort. Aber sie begleiten mich fast schon ein ganzes Leben lang. Ja, und die Botschaft von diesem Edelstein ist, sie sorgt für einen wachen Geist. Und damit ist eigentlich die Botschaft schon gegeben. Es steht für einen hell-wachen Geist. In diesem Sinne, wenn ihr so einen Edelstein bei mir erwerben wollt, geht auf meine Homepage www.beratungspraxis-engel.de in den Shop. Dort findet ihr die Amethyst-Spitzen. In diesem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet Erkenntnisse aus diesem Video gewinnen, was mitnehmen für euch. Alles Liebe für euch in dieser Zeit des Wandels.